zur auswahl links ein ich kümmere mich als erstes habe ich da vorne noch einen gesehen also jetzt zwei nicht mal raus halt stop Amba? Mitte des Hofes ist uninteressant. Du weißt, der Alarm ist da oben ausgeschaltet. Wir hoffen, dass ich jetzt hier unsacht durchkomme. Ne, ist sabotiert, okay. Da ist sie zum Eliminieren. Ich würde gerne noch für unten sorgen, damit ich die Wachen etwas retten kann. Wo kommst du? Okay, danke. Tschüss. Das haben wir auch. Haben wir auch? Haben wir auch? Tschüss. Haben wir komplett rum. Hm. Clown-O-Jabs. Zack. Jetzt ist noch einer da. Okay, kann die abbrechen. Zack. Okay. Okay. Heute Nacht feiern wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Freiheit. G-Dies. Jin. 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 Oh. Ja. Ja, das kann sie wohl bezaubert aussehen, aber nicht bei mir. Na, erstmal abwärts hier und gucken. Ah, ich will erstmal unten die Leute rennen. Zack, 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 zack. Muss ja nur gucken, wie ich da hinkomme, ne? Jetzt bin ich, glaube ich, schon wieder draußen, ne? Aber immer noch im... Ding drin, oder was? Jetzt machen wir mal auf die schnelle Art. Rendezvous? Wir haben ein Rendezvous? Ne. Okay. Auch ausgeschaltet. Mal eben reinnüpfen. Okay. Also wir sind einfach auf andern Seite. Ne. Dickerchen. Das wollte ich nur. Wo ist der oben? Unten? Ne, da ist er. Die Frage ist jetzt, ähm... Wie komme ich da vorne rein? Wie komme ich da vorne rein? Ein kurzer mal raus. Ist er in den Längsgebäuden hier? Nehmen wir nochmal... Können wir nochmal hoch? Ja, sicher. Ja. 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 Ich wollte schon sagen. Ich könnte die alte einerseits schnell und tödlich erledigen. Das wäre mit der Büchse, aber das Zielen ist halt bei beiden, auch wie bei der Phantom klingen, ein bisschen bescheiden. Wiggi, wiggi, wiggi. Und runter mit dir. Okay. Ganz zwei. Zellen knacken sie sich vor. Okay. Äh. Will ich treffen? Oh ja. Ich habe etwas anderes für dich. Wie wäre es? Doch, wie wäre es damit? Eine voll beladete... BESERKER. Bring ihn um, oder nicht? Danke. Gibt's doch noch eine Überraschung. Wir wollen ja nicht so sein. Ich habe sogar noch eine zweite für euch. Oh. Lass uns raus. Hol uns hier raus. Alter Schwede. Wo soll ich denn den Schlüssel denn herbekommen? Lass uns raus. Okay, ab drei geht's dann natürlich dann auch genau so. Okay. Der Schlüssel, wo finde ich den wohl? Oh, halt's Maul. Ich habe Familie. Ich habe Familie. Lass mich raus. Und es gehört dir. Nee, da... Was denn? Wo krieg ich denn den Schlüssel her? Verdammt. Wir werden befreien, 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 befreien. Wir haben noch einen Inno-Ofen und eine scheiß Glocke. Die unbedingt weg muss. Ich könnte... Ich könnte... Das royst du ja. Ah. Wer hat den Schlüssel? Ja, ist ja gut.